Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in dieser neuen Geek Talk Daily Episode mit der Nummer 1167. Und jetzt rückwärts herum, heute ist der 23.02.2022 und das Spannende, diese Aufnahme passiert fast um 22.22, genau, 22.22 vom 22. Februar 2022. Also ein Datum, was es so nicht mehr so schnell geben wird auf diesem, unserem Planeten, glaube ich doch, irgendwie. Zumindest, glaube ich, in unserer Zeitrechnung, wo wir noch auf diesem Planeten leben, nicht mehr so schnell. Aber ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege. Es war wie immer ein langer Tag. Heute habe ich dabei NVIDIA, OpenSea, Trello, Oppo und Nokia. Zuallererst NVIDIA. Die haben ja vor circa zwei Wochen jetzt offiziell verkündet, dass sie ARM nicht übernehmen werden. Somit die 40 Milliarden US-Dollar logischerweise auch einsparen, die sie dafür nicht ausgeben müssen. Und dann auch nicht zu direkt gegen Apple, Qualcomm, Samsung etc., die eben auch ARM-Prozessoren verwenden oder die Architektur dahinter in Konkurrenz stehen in Zukunft. Sich selber sehen sich aber dennoch sehr, sehr gut aufgestellt. Mit Einnahmen von 7,64 Milliarden und einem Plus von 53 Prozent im Vergleich zum Jahre 2021 sind das natürlich schöne Zahlen. Man sieht sich auch in Zukunft mit ihrer Drei-Chip-Strategie auf einem guten Weg. X68, ARM und RISC-V-Prozessoren oder besser gesagt Chips sollen es werden. Und das Ganze soll im Bereich des autonomen Fahrens, im Bereich des, ach was war da noch, noch zwei Gegenden Logistik und IoT etc. Und man sagt, man sei da dennoch gut aufgestellt und zieht sich nicht in wirklich grosser Bedrängnis auf dem Markt. Der Aktienmarkt hat ein bisschen nachgegeben, aber das ist ja immer so bei solchen Neuigkeiten und das wird sich auch wieder ändern. NFTs, NFT, Non-Fungible Token sind ein Thema, was immer wieder mal kommt und auch im einen oder anderen Podcast falsch ausgesprochen wird. Genau. OpenSea, die aktuell grösste Plattform, gegründet im Jahre 2017, wurde in den letzten Wochen angegriffen und mit ganz einfachen, perfiden Phishing-Methoden um ein bisschen Geld erleichtert. Nicht die Plattform, sondern ein paar Leute, die darauf ihre Tokens entwickelt haben, verkauft haben oder versteigert haben. Und die haben durch einen neuen Vertrag, einen intelligenten Vertrag, der gerade ausgerollt wurde, ihre Tokens dann an andere weitergegeben, überschrieben. Ein bisschen unschön, ein Teil davon konnte wieder zurück- oder rückgängig gemacht werden. Sprich, die Tokens sind wieder am Platz, wo er hingehört. Bei anderen wurden sie schon weiterverkauft, da ist es nicht ganz so einfach. Mal schauen, da in diese Richtung werden wir sicherlich noch einiges hören in nächster Zeit. Dann gibt es Neuigkeiten von Trello, die haben vor allem den Kalenderbereich und den Dashcard überarbeitet, um das Ganze einfacher zu priorisieren, abarbeiten der ganzen Prozesse etc. Ich bin mal gespannt. Ich werde da nächstes Mal ein bisschen genauer reinschauen und mal schauen, was da so passieren wird. Schon länger in den Medien, ich glaube auch schon hier in der Daily mal vorgekommen, weil entdeckt auf dem Oppo-Blog.ch, das Oppo-Pad, das erste Tablet aus dem Hause Oppo, ist jetzt anscheinend offiziell. Zumindest für China ist der Launch-Statum rausgekommen. Es ist am 24.02. wird vorgestellt, lokale Zeit um 19 Uhr. Wer hätte es gedacht? Ja, da wird ja auch das Find X5 Pro und so weiter vorgestellt. Man munkelt auch, dass die neue Uhr da kommen soll, neue Kopfhörer, was auch immer. Wir werden es sehen. Ich werde euch, wenn ich die Woche dazukomme, sicherlich auf dem Laufen halten. Übrigens spätestens ab Ende März wird es hier wieder ruhiger. Das heisst, nee, hier wieder weniger ruhiger, denn dann wird wieder ein bisschen eine andere Zeit kommen. Glaube ich zumindest aktuell. Aber bis dahin kann es noch zum einen oder anderen Ausfall kommen. Ich entschuldige mich da schon im Vorfeld. Und zu guter Letzt noch, Nokia, die haben plötzlich ein doch deutlich weniger umfangreicheres Portfolio. Zumindest in Deutschland, in der Schweiz ist es noch nicht so weit. Sprich, die Geräte gibt es nach wie vor im Angebot. Aber in Deutschland ist es so, dass eben genannte Smartphone-Umfang deutlich zusammengeschrumpft ist. Der Grund ist einfach, Nokia wurde verklagt und dass sie Patente missbrauchen und nicht mit Entgelt gegenüber den Klägern bieten. Und somit ist eben die Konsequenz daraus, dass die Geräte jetzt mal aus dem Store draussen sind. Jetzt sieht man dann, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und schlussendlich wissen wir dann mehr, ob die wieder zurückkommen und ob da recht schnell eine Lösung gefunden wurde. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Für diejenigen, die es interessiert, für alle anderen, ja, dann sind sie halt weg. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.